Wir glauben an eine sichere Welt, indem wir Einsatzkräften eine Lernumgebung an die Hand geben, mit der sie lebenswichtige Fertigkeiten weiterentwickeln können. Deshalb haben wir XVR entwickelt, eine Simulationsplattform, um Notfallprofis zu schulen, mit der sie üben können und um ihre Leistung zu bewerten. XVR besteht aus vier Modulen. XVR On-Scene, XVR Resource and Casualty Management, XVR Crisis Media und XVR Control Room. XVR ist eine integrierte Plattform für einzelne und multidisziplinäre Teamübungen, 1 zu 1 Schulungen, Hybrid-Ausbildung, E-Learning und Unterricht. Für alle Ebenen von operativ über taktisch bis strategisch. Für eine breite Palette an Schulungszielen, vom Notfalleinsatz in einer 3D-Umgebung bis zum Management von Ressourcen und Logistik, Medienresonanz und Leitstellenprozesse. Die Plattform bietet folgende zentrale Vorteile. Eine integrierte Trainingslösung, eine einzige Plattform für all ihre Schulungsziele. Deckt alle Ebenen ab, von operativ bis strategisch. Eine preisgekrönte 3D-Engine, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und voller Innovationen steckt. Eine erprobte, flexible und kostengünstige Ergänzung ihrer Trainingstoolbox. XVR gibt es seit mehr als 15 Jahren und wird weltweit in mehr als 30 Ländern eingesetzt. Wir glauben, dass die Qualität unseres Produkts von der Beziehung zu unseren Kunden definiert wird. Wir investieren in langfristige persönliche Beziehungen und bieten umfassenden Service und Support. Die XVR-Simulationsplattform ist ein umfassendes Erlebnis für den Schüler und ein flexibles, zuverlässiges und nutzerfreundliches Simulationstool für den Ausbilder. Die XVR-Plattform ist eine komplette Simulationslösung.